Jetzt schiebt das dann wieder... Michael! Hallo und herzlich willkommen zum Tour-Vlog von Die Schneekönigin. Wir spielen heute die Premiere hier in Magdeburg. Oh, guckt mal. Dreimal Wechsel für den verschwitzten Kall. Liebe Grüße, Kerstin. Toi, toi, toi. Das ist ja, als würde ich verschwitzt sein. Hättest du den Mütze gelegt denn hier rum, bitte? Das ist meins. Die neue Kall-Mütze. Geh weg. Musst du auch probieren. Hilf mir! Sie ist verrückt! Nein! Au! Ihr seht schon, die Truppe ist toll. Mach ich dich auch durch! Manu, du hast das glaube ich mit dem Mikrokabel falsch verstanden. Wieso, das kann man doch auch als Schmuck benutzen. So, diesmal bin nicht ich der, der den Bart lassen muss. Weihnachten. Weil heute Weihnachten ist. Weil heute Weihnachten ist. Aber der Rabe ist auch ganz süß. The Summer. Doch bei mir, einem Königin, ist sie dir schnell egal. Fabi, hast du dich schon rasiert? Was? Hast du dich schon rasiert? Was denn? Hast du dich schon rasiert? Ich bin gerade noch dabei. Sei mal. Gleich fertig. Was ist los? Heute sind wir im Nikolaisaal in Potsdam und nur ein Fahrstuhl fertig. Manu, es gibt so viele Sachen, die man alleine in einem Fahrstuhl machen kann. Okay, Kameraauf! Sollte jemand auch hier draufdrücken? Oh Gott! Hast du eigentlich die Stockwerke gedrückt? Naja, du wolltest doch alleine sein, oder? Was ist das? Ich weiß es auch nicht. Die magische Tür geht auf. Das ist die Bühne. Ganz wichtig, Contouring. Oh, ein Frühling. Der letzte Schlipf. Fabi, was machst du denn da? Mit diesem Schuppenproblem? Was? Ich weiß auch nicht, was ich falsch mache. Ich bin's. Ein Schneekönigin. Da muss man vielleicht auch noch abstufen. Noch drei Minuten. Drei Minuten. Heute spielen wir in Chemnitz. Doppelshow. Und bei Wetzlar natürlich auch dabei. So sieht das hier aus in Chemnitz. Ja, zwei Aufführungen. Und wir sind in der Stadthalle und spielen zusammen mit Phantom der Oper, Osina von Biblox. Und Michael von Aschenburg. Und komm mit mir zurück. Ich führe dich. Und Olaf, du weißt es jetzt. Ich liebe dich. Ja! Herz erwärmt sich langsam still. Ich weiß jetzt endlich, wie was ich will. Ich will ins Fernsehen raus von hier. Ich bin ein Star, holt mich hier endlich raus. Hör ihm nicht zu, solange du schon bei bist. Dass ich recht hab, das ist schon lang gewiss. Die Suche war, doch jetzt bin ich da. Oh, guck mal, schnell noch ein Abstecker zum Phantom der Opa. Guck mal, den kennt ihr aus den Aschenbrüllen-Vlogs. Das Phantom der Opa trifft. Guck mal, was wir bekommen haben. Ja, ein Kalender. Guck mal, das sind wir. Das sind wir. Oh, da bin ich. Oh, guck mal. Kannst du bitte? Warte, warte, man sieht dich nicht? Ich weiß was. Und jetzt gucken wir uns noch Phantom der Opa an. Heute spielen wir in Leipzig und das sind die echt bombastischten Garderoben ever. Nur schlanke Menschen dürfen, also können hier quasi rein. Ja, sehr gewollt. Es ist so eine geile Garderobe. Da ist hier der Raum in Leipzig und hier wird schon plötzlich gebaut. Und Martina ist heute dabei. Hey, Portiere. Yeah, stimmt. Das ist ihre Premiere heute. Nein, wir haben hier natürlich noch diesen Raum. Der sieht schon gleich viel besser aus. Oh, was ist denn das? Ach so, das sieht nach Schokolade aus. Ist aber keine Fake-Schokolade. Musikgeschmack haben die hier. Clara, es geht zur Doppelshow. Aha, in Leipzig. Das ist meine Gang hier. Das ist meine Gang. Es ist schön, wenn wir abends in den Hotelzimmern immer zur Ruhe kommen. So, das morgendliche Gnichelproblem. Wie kriege ich meinen Koffer zu, wenn ich zwei Monate on tour war und noch Zeug zu Weihnachten geschenkt bekommen habe? So. Aber ich habe ja bezahrende Assistentinnen, die mir dabei immer helfen. So. Okay. Wer braucht denn diese Vakuumdinger? So sieht das von vorne aus. Hallo. Warte mal, du hast es ein bisschen zu platt gesagt. Warum war das nicht gemeint? War das nicht meine Schuld? Ich bin zu schwer. Ich bin zu schwer. Ich kann es doch mal hier rüber. Es ist voll brach. Es ist voll brach. So, ein Applaus für unsere Ärsche. Applaus für. Ich weiß nicht, was mit modernster Technik alles möglich ist. Heute spielen wir in Halle. Guck mal, was das für eine Halle ist. Voll cool, wa? Hier das Bühnenbild könnte man auch so lassen für Schneekönigin auch. Eishapfen, Wichtel. Der sieht fast aus wie ich. Äh, ja. Manu, du hast da jetzt so einen Wichtel, der dich begleitet als Schneekönigin. Voll. Und damit meinte ich jetzt nicht Dave. Hier wird sich schon eingesungen fleißig. Fabi, wo ist Manu? Was? Die Wacke? Also, sie sitzt eigentlich hier, aber... Was ist das? Okay. Da sitzt Manu halt. Keine Ahnung. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Manu, komm rein, setz dich. Komm, komm. Und lass uns reden. Manu, es ist wirklich... Wir müssen... Komm uns rein, setz dich hin. Wir müssen kurz reden, Manu. Trau euch. Ich wollte nämlich da... Ihr kleine... Ihr ... Oh mein Gott. Manu, wir... Da passt ja niemals rein. Wir dachten uns, du freust dich. Die Gurke ist ganz... Ja, ich freu mich, aber ich möchte gerne alleine sein. Okay, Fabi, komm, wir gehen. Das war's erstmal. Huhu, der erste... 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 Tour-Blog ist quasi durch. Und wir feiern jetzt alle Silvester. Huhu! Und dann geht's weiter mit der Tour. Und ihr seht das dann im nächsten Vlog. Bis dann! Rock'n'Roll! Huhu! Jeder fühlt sich allein. Jeder darf dabei sein.